So, die Beine nach oben, stopp, langsam runter, stopp, nach außen, Schere, gut, wieder nach innen und wieder nach oben. Langsam runter, ein bisschen tiefer darf man schon gehen, soll ja auch einen sportlichen Anspruch haben, jawohl, nach außen, Fußspitzen anziehen und nach innen und die Beine nach oben. Durch das langsame Ablassen und durch die Unterstützung wird hier die Lenkwirbelsäule abgesichert. Keine zu starke Beckengibung, so soll es sein, perfekt gemacht.